Mit dem neuen GLA präsentiert Mercedes-Benz auf der IAA 2013 erneut ein Highlight. Sein erstes Kompakt-SUV. Das fünfte Modell im SUV-Segment von Mercedes-Benz ist ein jugendlicher und skulpturaler Arounder und interpretiert das Segment der kompakten SUV neu. Die effiziente Motorenpalette ist serienmäßig ausgestattet mit einer Eco-Start-Stop-Funktion. Der optionale Allradantrieb 4MATIC macht die Fahrt abseits befestigter Straßen zum Erlebnis. Ebenfalls wählen kann der Kunde zwischen den Ausstattungslinien Style, Urban und AMG-Line. Mit dem Exklusivpaket gibt es zudem die Option, im Interieur den sportlichen Charakter des GLA weiter zu betonen.